Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit mir im Lufo und, huch, müssen wir mal was essen gerade. Spielt meine Musik gerade nicht ab aus irgendwelchen Gründen? Ah, jetzt, okay. Und ich habe mal ein bisschen rumüberlegt hier, wie ich das alles machen will und so und ich bin jetzt im Endeffekt dazu gekommen, dass ich mir gedacht habe, so, wobei die hier muss ich ja gar nicht raus machen, nicht unbedingt. Dass ich mir jetzt gedacht habe, dass ich hier unten erstmal die Items reinmache, die ich hier reinmachen möchte, wo ich schon weiß, was ich machen will. Außerdem ist mir eingefallen, dass ich vielleicht doch für jedes Holz auch Treppen und Slabs machen sollte irgendwo. Ich weiß nicht, ob ich das hier reinmache oder vielleicht in die nächste Ebene oder sowas, aber einfach, dass, wenn ich zum Beispiel am Ende eine Reihe mit Kisten habe, wo nur unsortierte Sachen reinkommen sollen, dass da nicht am Ende dann halt der ganze Scheiß drin landet, wie zum Beispiel Slabs und so weiter. Und ja. Wieso habe ich jetzt schon wieder was, was mir im Hals abhängt? Keine Ahnung. Ich würde mal sagen, ich lege mal das hier gerade weg und dann sollte ich vielleicht mal eine Runde zur Monster-Farm gehen. Was mir aber gerade einfällt, ist, dass ich auf jeden Fall hier gerne eine Enderkiste irgendwo hinstellen würde. Und dafür brauchen wir aber auf jeden Fall ein bisschen was von der guten alten Blaze-Rod. Weil vielleicht sollte ich, ich weiß nicht, ob ich auf jeder Ebene eine Enderkiste haben sollte oder nicht. Guck mal, hier haben wir auch noch mehr Scheiß. So. Nehme ich auch mal gerade mit. Wenn ich gerade schon mal da bin. So. Ach guck mal, hier ist noch mehr Zeug, was man hier einsortieren könnte. Das hier. Habe ich gar keine Blaze-Rod-Dinge? Ach doch, hier. Okay. Hier, das kann man auch noch einsortieren zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich Blumen und sowas einsortieren lassen soll. Ich bin mir gar nicht sicher gerade, was man alles hier machen sollte am Ende. Vielleicht das hier auch. Ich meine, das wird halt nicht wirklich sortiert am Ende, wenn ich jetzt einfach hier die ganzen Sachen so reinwerfe. Und ich möchte es natürlich irgendwo mit einer gewissen Ordnung machen. Ey, da ist ein neues Lied. Wuhu. So, mal kurz pennen gehen. So. Achso, ähm. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Ähm. Und dann. Hm. Vielleicht sollte ich das hier doch ein bisschen anders machen. Moment, wir machen hier das nochmal weg gerade. Huch. So. Ähm. Ähm. Hm. Wobei, weißt du was? Wir machen Glowstone Habe ich Glowstone Dust mitgenommen? Natürlich nicht, ne? Okay, dann kommt Glowstone Dust Ich muss das ein bisschen leiser machen Glowstone, dann Glowstone Dust Dann das hier Dann das hier Dann die rote Variante davon Das kann ich aber noch nicht machen, ne? Ne Dann Quarzblöcke Habe ich noch Habe ich denn die ganzen Bilderrahmen jetzt hingetan? Hier Quarz, ne rot Quarzblöcke Quarz Items Du kommst wieder da rein Quarz Items Ähm Was kriegt man denn noch aus der Hölle? Hier so Fans davon kriegt man noch Aber das werde ich wahrscheinlich jetzt nicht bekommen direkt am Anfang, ne? Oh, falsch rum So So Soul Sand Und dann Wobei fangen wir hier mit an So Moment Will ja auch alles richtig haben So Wobei ist das richtig? Nicht wirklich, ne? So ist richtig Und dann So und so So, ne? Ja, gut Okay Ähm Und dann kann ich die End Items hierhin machen stattdessen Vielleicht Die Musik hört sich so extrem nach Rimworld an, ne? Purple Block Wobei, weißt du was? Da müssen eigentlich ja auch noch die Quarzblöcke hin, ne? Hm Ich meine, ich weiß gar nicht mehr, wie viele verschiedene Quarzblöcke es überhaupt gibt Es gibt den Block auf Quarz Und es gibt Man kann doch irgendwie die auch noch in Ach jetzt, okay Da braucht man aber den Stonecutters Table für Stonecutter, Stonecutting Moment Wollen wir gerade gucken Ich sollte das hier einigermaßen hier weggeräumt kriegen So Hier haben wir doch so ein Ding Ich nehme den mal gerade mit Und packe den mal unten da rein Dass ich da Künstlerische Freiheit habe So Merkwürdig So Okay So So eins So eins Soll ich Slaps und Treppen auch machen? Das heißt, ich würde sagen Quarz Ähm Quarz Pillar und Quarz, keine Ahnung was es ist Quarz Slap und Quarz Stare So Und hier sind die beiden Dinger Huch, da schickt mir jemand Nachrichten Sekunde Das ist jetzt natürlich wieder geil, dass das genau da passiert, wo man aufnimmt So Ähm Habe ich noch irgendwas mit Quarz? Ne, ne Ist natürlich jetzt wieder geil, dass hier genau ein Ding frei bleibt Hm, 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 hm Dann das hier Dann das hier Und von dem werde ich wahrscheinlich nicht so viele Variationen haben, dass ich da am Ende Äh, gucken muss So, dann die hier rein Und dann Äh, was wollte ich denn gerade noch machen? Achso Ne, ich war hier schon fertig Okay, dann mache ich hier mal Die Frage ist nur, wie ich jetzt hier weitermache Dann Hier habe ich schon gemacht, ne Ja So, dann Enderperle Ah, doch, okay Ähm Hm So Ich meine, theoretisch gesehen sollte ich wahrscheinlich auch noch Das heißt, ich sollte eigentlich den zuerst haben, ne So Das heißt, die hier müsste auch nochmal gedreht werden, dass es ganz richtig ist Genau, okay Ähm, und dann Ja, dann bin ich halt nicht sicher, wie ich dann weitermachen möchte Ich habe eh noch keine Hopper, die hier angeschlossen sind, ne Was natürlich auch problematisch ist, aber ich kann zumindest schon mal hier Die ganzen Enderperlen reinmachen So Ich behalte mal gerade einen Stack Und dann mache ich mal gerade ein bisschen So Nicht werfen aus Versehen, das wäre ungünstig So Gut Ah, shit, siehst du mal, da sollte man Wobei, die werde ich wahrscheinlich nicht Die werde ich wahrscheinlich nicht unbedingt so aufheben, oder Werde ich wahrscheinlich sofort in Enderkisten umwandeln, oder Je nachdem, halt nach Bedarf craften Bedarf craft So, ich mache einfach mal gerade Lol, ich kann gar nicht Okay, wir machen mal So Bisschen was aufheben Ich lege das mal so lange da dazu So, und dann würde ich sagen Eine Enderkiste sollte eigentlich auf jeder Etage sein, oder? Die Frage ist nur, wo die sein sollte Wenn in den Boden eingelassen ist, natürlich Wahrscheinlich eher weniger gut Ich meine, die könnte theoretisch einfach da stehen Und dann vielleicht später, wenn ich mehr Ressourcen habe, auf jeder Seite So, zum Beispiel So, okay, oder? Und dann mache ich hier die restlichen Enderkisten da in die Enderkiste noch rein So, und dann muss ich jetzt erstmal zur Monsterfalle fliegen Und hier die Items besorgen Ähm Zombie und so weiter Aber ich habe keine Raketen mehr Außerdem habe ich noch ganz schön viel Trash im Inventar gerade Hm Ach, guck mal eine an Na, ich lege den ganzen Trash hier erstmal kurz ab Der Kram kann ja Ja, ich kann dann da pennen Na, komm schon Heb ab, du Sau Okay Ich wollte mich gerade schon über das Chunkloading beschweren Aber die Tage sollten ja hoffentlich gezählt sein, wo man sich über das Chunkloading beschweren muss Alter, hier sind auch so mega viele Hopper draufgegangen, ne? Naja Ähm Boah, zwei Redstone Krass Den kann ich mitnehmen Das kann ich mitnehmen Hier sollte alles, überall nichts drin sein eigentlich, ne? So, Pfeile Ich nehme einfach mal hier So Gut, und dann Hagel Skelette Äh, Creeper Pulver nehme ich auch mal mit Eine Reihe voll So Zombie Fleisch So Den Rest habe ich, glaube ich, alles, ne? Ja Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Rest Huch Warum habe ich das denn? Na, egal Machen wir so Ach, weißt du was? Ich könnte ja auch einfach Hier noch ein bisschen was reinladen Wenn ich gerade schon mal da bin So Und ja, ich habe gerade gesehen, dass ich es aus Versehen weggeworfen habe So, und dann Füllen wir den Rest mit Pfeilen Und, ach komm, wenn ich gerade schon mal da bin, penne ich auch nochmal Ah, so So Hui Alter, da fällt so mega viel runter, ne? Ich müsste eigentlich mal eine Runde hoch auf das, äh Auf das Podest gehen, mal um zu gucken, wie es da Na, komm schon So Sieht doch gut aus hier, oder? Was haben wir denn hier? Nicht wirklich was Interessantes Aber hier spawnt jetzt natürlich weniger, weil ich gerade so nah dran bin Die Spinne da scheint ja nicht wirklich daran interessiert zu sein, runterzufallen, ne? Naja Wir können uns wieder zurück verpissen In Richtung Heimat Sturzflug Was ist denn das da? Ach, eine Ruine Wir haben hier kein Monument oder sowas, ne? Das wäre extrem geil, wenn hier irgendwo ein Monument in der Nähe wäre Aber ich kann keins Ich kann keins erspielen Hup, das war ein Delfin Das ist ein Schiff, so wie es aussieht Ich habe auch noch nicht wirklich Zeit gehabt, hier rumzufliegen und zu gucken, weil Halt alles immer so laggy war hier Mit dem Chunkloading Aber ich sehe jetzt Auf Anhieb kein Monument, leider Hm Was in so einem riesigen In so einem riesigen Ocean Biome kein Monument ist, ist schon merkwürdig, oder? Da ist noch ein Schiff Ich fliege gerade mal eine Runde, um einfach nur mal um zu gucken, ob hier irgendwo Irgendwo zufällig ein Dings kommt Da ist Lehm Ein bisschen Höhe Weil ich sehe echt beim besten Willen nichts hier Hier kommt wieder Land Hier kommt auch Land What the fuck Alles klar Alles klar Ne Ich meine, wenn ich gerade schon mal da bin Nehme ich mir mal ein Stack Eis mit, oder sowas Ich meine, jetzt weiß ich ja, dass es hier ist, aber das ist ja immer geil Dann kann ich vielleicht sogar die Die Hopper mit Wasserrutschen wieder ersetzen, aber Wieso sammelt er das nicht auf? Danke Moment So Aber auf der anderen Seite Lohnen tut sich das ja nicht wirklich, oder? Huch Alter, ist das geil Die hängen voll tief unter Wasser und so So Aber hier ist trotzdem kein verkacktes Ocean Monument Nirgends zu sehen Oh, war da eins? Ach nö, nur so ein Ding Hm Und das Moment, meine Augen müsste ich erst ans Wasser gewöhnen Ne, das waren alles Tintenfische, ne? Ja Hui Ah ja, schade Aber hier sind Schildkröten Wurde ja mir keine Eier gelegt, ne? Ne Schade Okay Wir fliegen mal wieder in Richtung Heimat, hoffentlich Wenn ich Ist das eins? Ne, ne? Ne Ich habe keine Ahnung mehr, wo Heimat überhaupt ist jetzt In dem Falle Ich fliege jetzt einfach rum, bis ich irgendwas finde Ich meine Das Das Meer scheint ja hier Relativ Ah, okay Scheint ja relativ Äh Ja Das Ganze hier einzukreisen Einfach Von daher So Aber ich muss gar nicht checken, wie die Slime Farm momentan aussieht Weil Ich sowieso nicht Platz im Inventar habe So Da sind wir wieder Und dann kann ich jetzt hier unten Die ganzen Sachen reinstecken Hier erstmal Das Zeug Das habe ich gerade nicht dabei Pfeile So Und dann kann ich hier nochmal das hier mit einpacken gerade Weil Creeper Pulver sind immer gut für Raketen Ja Ich spreche Deutsch So Und dann Ja, Eis und so weiter Ich weiß halt nicht so genau, wo ich das hin tue Ne Eis ist halt so ein Block Hm Und ich überlege auch, ob ich zum Beispiel hier oben die Ähm Die Steinziegel raus tue Und hier stattdessen Slime Ne Slime Bälle hin tue Und das hier nervt mich so extrem Und das gibt es gar nicht So Gut Ähm Außerdem muss ich hier noch eins runter Hm Wenn ich erstmal überlege Wie viele Holztypen haben wir dann? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Verschiedene Holzsorten Das heißt, wir brauchen Zwölf Kistenreihen für Slabs und Treppen Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Das würde fast die ganze Ebene einnehmen dann direkt Ich glaube, das mache ich jetzt noch nicht Sondern das mache ich dann eher auf die dritte, dritte, dritte Ebene Dritte Ebene Hm Aber ich glaube, dass ich Ähm Eis und Schnee und sowas Hier hinten hin mache Oh Na gut So Und hier muss dann Quarz Ah ne Roter davon Und Quarz Dinger, ne Wie macht man denn nochmal roten Roten Stonebrick Mit einer Netherwarze Und Äh Wie heißt das nochmal das Zeug? Netherbrick, ne Ne Nether Ah, okay Netherwortblock Das werde ich nicht benutzen, oder? Wahrscheinlich habe ich noch nie gecraftet in meinem Leben Okay So Ach ja, Freunde So Dann gucken wir mal, wie viel Eisen gerade in der Eisenfarm abchillt Wir müssen auf jeden Fall auch noch eine Schmelze machen Ach Freunde Mir fällt gerade ein, die Folge endet an der Stelle Ich hab gesehen, dass ich schon wieder überzogen habe Ich bedanke mich fürs Zuschauen Hoffe dir die Folge gefallen Und bis zur nächsten Folge Tschüss Ich bedanke mich für die Folge Ich bedanke mich für die Folge